Warum ist die Tür hinten gerade aufgegangen? Welche Tür? Warum ist die Tür offen? Wer hat die aufgemacht? Ralf, wo bist du? Komm her jetzt, Ralf! Wir sind doch bei dir! Ralf, gehst du schnell mal in den Keller runter und machst die Sicherung noch mal rein? Ralf, geh mal in den Keller und mach die Sicherung rein, komm! Ralf, geh mal in den Keller und mach die Sicherung rein! Okay, lass uns einfach, guck gleich! Hey, Leute, funktioniert das? Wenn ich so mach, so... Ne, funktioniert nicht. Ich hab gar keine Taschenlampe! Macht nix! Es gibt nur eine... Es gibt nur die Blaulicht und die Weißlicht. Okay, Ralf, du gehst vor. Du hast den Schlüssel angenommen, oder? Ich hab den Schlüssel angenommen. Warte mal. Oh, da ging was. Oh, scheiße. Hey, Manfred, Manfred, du gehst vor. Warum klingst du auf einmal so dumpf? Du klingst auch dumpf. Ich hab was dich dumpf, Markus. Manfred, geh vor. Ich hab kein Licht, hallo? Ich geh mit dem IMP-Meter vor. Ach du Scheiße, warte mal. Ah, Licht. Oh, das funktioniert. Warte mal, hier liegt ein Schlüssel. Aber... Keine Ahnung, ob man den braucht. Wer bist'n du? Hey Leute, 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 Leute. Schau mal, ob's der Lichtschalter kippt, bitte. Warte, wo ist der? Macht das Licht an, Kinder. Oh, da krabbelt irgendwas. Ralf, hinter dir, hinter dir. Also hier ist alles. Wie heißt denn eigentlich das Missionsziel? Jetzt hab ich's gar nicht gelesen. Kann ich das nochmal irgendwo lesen? Ich denke, dass wir einfach den Geist suchen müssen und aufspielen müssen. Genau, Beweise sammeln. Wie hast du das Buch aufgeschlagen? Einfach von der Schulter. Und dann kannst du da so... Rechtes Witter. Kein Beweis gefunden. Beweise sammeln. Ich hab kein Buch. Doch. Werkzeuge, räuchern, Geisterbuch. Oh, ja. Uh, das Witcher-Brett-Camps. Schlüssel gesammelt. Eine Liste der gesammelt. Wir haben den Eingangsschlüssel und den Autoschlüssel. Scheiße, der schwebt... So, ne. So, Leute. Da ist ein Fernseher. Ein EMP schlägt noch nicht aus. Mir bleiben das erste Mal ein Erdgeschoss, würde ich sagen. Ja, ich mach mal ein Fernseher an. Geht nicht. Warte mal, das ist eine Fernbedienung. Oh. Kann er ja mal mit Taschenlampe herkommen? Hallo, ich wollte Netflix, bitte. Danke. Warte mal, mein Mann, würde ich komm. Ich wollte jetzt mit euch Netflix gucken, aber ihr wolltet ja nicht. Sucht mal einen Lichtschalter, ja. Oh, was ist jetzt da oben? Ein Hase. Kühlschrank geht nicht auf. Da ist eine Tür. Oh mein Gott. Wäscheding. 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 Kannst du mal Licht machen? Gibt's hier kein Licht drin? Doch, da. Doch. Geht doch nicht. Doch, es leckt ja grad übelst rum, sollen wir. Okay. Ärgerlich. Nein, ich hab ein EMP verloren. Alter, hast du mich jetzt erschrocken. Kann einer mal das EMP aufheben, ich komm nicht ran. Ja, du hast, wenn du nicht rankommst, hast du eindeutig deine Ding nicht richtig eingestellt. Ich hab vor allem mein Guardian auch eingestellt. Warte, ich lieg da nur am Tisch hin. Hä? Warum liegt der Hase unten? Den hab ich runtergeschmissen, keine Angst. Boah. Scheiß, dir jetzt schon alt. Okay, danke. Hä, ich will eigentlich so ein Messer hier. Geht nicht. Oh, das Messer kann man nehmen. Ralf, brauchst du ein Messer? Gegen Geist? Messer gegen Geist? Ich bümpfe den Autoschüssel, ich fahre. Hier, Ralf. Boah. Hier. Boah. Was ist? Es knatscht da hinten. Ja, es knatscht, ne? Hab ich auch schon gehört. Warte mal, da ist noch eine Tür. Da komm ich aber nicht raus. Okay, wir gucken weiter. Da geht's in den Keller bestimmt. Hinter mir hat's geknarzt gerade. Huh. Klavier. Kann man nicht benutzen. Ne, da liegt was auf dem Boden. Was liegt da? Ein Knochen. Oh. Warte. Kann man aber nicht aufheben, den Knochen. Ähm. Ähm, Ralf. Ja. Ich bin dafür, dass du diese Tür öffnest. Oder? Schau mal, Helmut mochte schon. Äh, Manfred. Manfred. Manfred vor. Noch ein Tor. Oh. Oh, 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 oh. Ich leuchte. Schaut safe aus. Das ist die Garage. Ja, ich hab keinen Ausschlag. Ihr könnt reingehen. Ja, ja, ja. Ihr könnt reingehen. Du gehst vor. Ich hab... Warte. Ich hab keine Taschenlampe. Warum soll ich ins Dunkle gehen? Willst du mir eine Taschenlampe haben? Warum? Nein, du kannst vorgehen. Ach so, dass ich vorgehe. Ja, genau. Komm, geh. Scheiß dich nicht in die Hosen. Ich hab doch das Blaulicht an. Wir sehen ja den Geist mit dem Blaulicht. Ruhe. Ruhe. Pst. Hört ihr das auch? Ne, ich hör gar nichts. Mein Np schlägt aus. Oh, oh. Ich glaub das... Ich geh in die Ecke. Ich geh... Ich geh in die Ecke. Schau mal, der Manfred geht einfach rein. Ja, das EMP schlägt nicht mehr aus. Alles gut. Keine elektromagnetischen Schwingungen hier. Oh, da ist eine Puppe. Schau mal hinter dich. Schau mal hinter dich, Ralf. Scheiße, jetzt hat das Licht. Danke fürs Licht. Auto. Ah. Warte mal, ich hab doch den Schlüssel, aber... Geht nicht. Zu. Kofferraum. Auch zu. Naja, jetzt geh mal in den Keller. Komm, auf geht's. Ich mag ein Geist sehen. Du magst ein Geist sehen. Ja, dann geh vor. Auf geht's. Gib dem Manfred die Taschenlampe. Manfred, ich leg dir die Taschenlampe dahin. Du hast das EMP im Auge, ne? Ja. Ja, ja, das hab ich nur an. Oh, da kriegst du eine Kerze. Aber auch funktioniert diese... Kamera nicht. Auf geht's, Manfred. Ja, ich krieg die Tür nicht auf. Warte mal, lass mich mal. Ne, die geht... Oh! Oh! Schocking. Eine Ziehtür. Ralf. Bleib tapfer. Du wirst dich in der Ecke verstehen. Hey. Ich kann sie nicht greifen. Bei mir funktioniert das Grip. Greifen nicht. Ja, warte, warte, warte. Ich mach sie so auf, damit ich nicht sehe, was da drin ist. Okay, ist offen. Ja, hier geht's runter. Ja, da geht's runter. Hey, behalte deine EMP im Auge. Ja, ja. Alles gut. Ralf. Ja. Alter, Markus. Das Licht geht nicht. Doch. Doch. Hey, hier ist ja gar nicht eine Säge. Ne, hier ist nichts. Alles safe. Okay, hier. Was ist hier drin? Gar nichts. Über uns. Über uns? Da schlägt der Meer aus, oder was? 102? Ne, aber ich hab grad oben was knarzen hören. Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Keine Ahnung. Das ist bloß ein Radio, da hörst du manchen auf den Rauschkanälen, hörst du Geisterstimmen. Hey, geh vor. Ich hab aufgemacht. Ja. Vorsicht, Fliegenfinger. Warte mal, Licht. Wo ist der Lichtschalter? Ja. Hier wird die Taschenlampe haut ab. Die leuchtet irgendwie gar nicht. Hier gibt's kein Lichtschalter. Ich seh das gar nicht, dass die leuchtet. Hier gibt's kein Lichtschalter. Hier gibt's kein Lichtschalter. Hier gibt's kein Lichtschalter. Hier ist nix, geh mal raus. Was? Geh weiter jetzt. Kein Lichtschalter, kein... Hallo, du wolltest in den Keller, jetzt sag, geh weiter. Achso, da sind wir gekommen. Ne, da ist nix. Okay. Schade, dass ich dein Licht nicht sehe von der Taschenlampe. Ach, siehst du nicht? Ne. Doch, jetzt seh ich's wieder. Habt ihr das Messer vorhin da hin? Ja. Oh, oh. Was ist das? Licht flackert. Du hörst Stimmen im Radio, oder? Ja. Ganz, ganz leise. Das kommt vom Klavier. Das Klavier ist doch kein Radio. Ach nein, schon wieder. Kann mal einer das EMP aufheben hier unten? Hm. Ralf bückt dich. Hey Leute, jetzt mal ohne Witz. Gehen wir einfach vor. Ich werde besser als die, als ein Star Trek spielen. Haha. Ne, ne. Hey, hier gibt's keine Treppe nach oben, oder? Doch, hier. Hier. Geh hoch, du gehst vor. Mit einem Mann mit der Taschenlampe. Dann gib mir wenigstens das EMP. Ja, Watz, kriegst du hier. Klickst du auf die Konsole. Du weißt doch, dass der Manfred nicht nach unten kommt. Der ist schon so alt. Achso. Okay, ich geh vor. Okay. Oh Leute. Oh Leute. So viele Türen. So viele. 86, das ist niedrig, ne? Da passiert nichts. Ey, hier ist eine Schlüssel. Hab ich. Was ist das für ein Schlüssel? Warte mal, ich schau mal schnell. Warum krieg ich jetzt mein blödes Buch nicht? Ah jetzt. Kellerschlüssel. Warum kriegen wir einen Kellerschlüssel, wenn der offen war? Warum ist die Tür hinten gerade aufgegangen? Welche Tür? Warum ist die Tür offen? Oh. Wer hat die aufgemacht? Ralf, wo bist du? Oh Gott, ne. Ganz ehrlich gesagt. Komm her jetzt, Ralf. Wir sind doch bei dir. Ja. Und es liegt auch überall aus. Ja, es ist alles durchgelegt. EMP schlägt aus. Oh oh. EMP schlägt aus. Hey Leute. Ich kack mir gleich in die Hosen. Ralf? Nee, ich. Ich hab schon wieder meinen. Meine Taschenlampe liegt auf dem Boden. Oh mein Gott, hey. Ralf. Hey. Bevor du uns umkippst, sag's bei. Ja. Ich... Es wird grad... Nee. Ich glaub das wird nix. Auf geht's, Manfred. Geh vor jetzt. Ja, gib mir mal die Taschenlampe bitte am Boden. Hier unten. Achso. Wo ist die... Ja genau. Genau in der Tür hast du sie hingeschmissen. Ja, ich geh rein. Mein Gott. Ja, geh mal hier. 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 Da. Nimm sie. Geht nicht, doch. Geht schon. Geht. Okay, vorwärts jetzt. Hier ist nix. Alles safe. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh Leute. Mein EMP schlägt volles Rohr aus. Das ist doch nur ein Spiel. Hier ist was. Da ist was? Wo? Siehst du das? Vollanschlag. Hier. EMP. Okay. Ralf. Jetzt ist weg. Alles safe. Ralf. Ja. Okay, okay. Hier ist nichts. Definitiv nicht. Warum macht denn keiner Licht an eigentlich? Ich hab ja keine Ahnung was nicht mehr geht. Ich geh aufs Bett. Ich geh aufs Bett. Geht nicht mehr. Dann geh mal in die Garage und tu mal rein. Da waren die Sicherungen. Dann geh mal in die Garage. Ich geh mal mit der Taschenlampe hinterher. Die Garage war rechts hinten. Links? War die Garage da? Ne, hier war der Waschraum. Die war rechts. Da war ein Klavier und rechts. Genau. Ah ja. Hier schau, hier ist jetzt rot. Das müssen wir vielleicht wieder rein machen. Okay, grün. Oh mein Gott. Was für Bilder. Mein Handy spricht mit mir. Ich soll mir irgendwelche Bilder anschauen. Okay. Ah, Ralf ist jetzt wieder besser. Ne. Du bist ja fix und fertig, oder? Ja, ne. Ne. Grad geht gar nicht. Grad. Okay. Manfred geht zuvor. Warum sag ich jetzt mal Helmut? Kellertür. Zu. Ich würde dich zumachen, Tür. Okay, also das Game hat definitiv Verbesserungen nötig. Okay, jetzt ist schon gar nicht mehr so schlimm hier oben. Da oben ist das Kinderzimmer, schau. Ja, richtig. Das ist das Kinderzimmer. Das können wir uns ja auch mal umgucken. Boah, der hat aber echt einen dicken Rechner, der Kleine, gell? Ja. Okay, nächster Raum. Okay, hier ist nix. Nächster Raum. Hier dann. Oh mein Gott, wie viele Türen. Oh, schon wieder die Sicherung raus. Ne. Doch, das Licht ist aus. Okay, hier ist nix. Hör mal, da hängt was. Kann man aber nicht nehmen. Was ist denn das? Auto-Tuner-Mag? Äh. Hey Leute, lauft nicht weg und lasst mich alleine. Warum fliegt jedes Mal diese Scheiß-Sicherung raus? Ja, warum wohl? Hör mal. Bild mit Vögel. Harmlos. Mit Vögel. Harmlos. Ja, hier. Ruckelbild. Hier, Schlafzimmer. Alles okay. Da ist nochmal ne Tür. Ralf, gehst du schnell mal in den Keller runter und machst die Sicherung nochmal rein. Ralf, geh mal rein in den Keller und mach die Sicherung rein, komm. Badezimmer. Okay. Okay, hier ist nix. Ne, hier ist nix. Da war was. Da hat was geklappert. So, EMP schlägt wieder aus. Ich schwör's, ich krieg so einen Herzinfarkt, wenn das gleich was passiert. Manfred, unser Held aus dem Enderfeld. Manfred? Da draußen kann ich unser Ding sehen. Ah, wo ist der Manfred? Was sind das überhaupt für ein riesen Haus? Also, ich würde sagen, das Haus ist gereinigt, wir können wieder gehen. Ne, 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 ne. So einfach nicht, Leute. Haben wir schon irgendwas? Ah, hier steht alles über diese ganzen Geister, ne? Boah, ein Faltergeist möchte ich aber nicht begegnen, hä? Die Geisterjagd. Geisterjagd, Verstand, Schlüssel, Beweise sammeln. Haben wir schon irgendwelche Beweise gesammelt? Noch gar nichts. Die Schlüssel halt aber. Es gibt ja nichts, es gibt kein Geist hier. Ich hab ein paar EMP-Ausschläge gehabt, das war's. Wir müssen Fotos finden. Oder nie, wir müssen Fotos finden. Bleibst du bitte da, Manfred? Manfred. Hier bitte. Wo bist du? Da. Ja, hier. Okay, weiter. Nächste Tür. Also, Tracking funktioniert jetzt nicht so. Ne, ne, ne. Da muss schon noch ein bisschen was gemacht werden, aber... Ist trotzdem ein cooles Game. Kann man nichts sagen. Ne. Was, ne? Kack Game, echt. Ich hasse auch aber Spiele. Ach, Quatsch. Also, hier ist nix. Ganz klar, ist klug in hier. Ja, geh mal kacken. Schon fertig. Ich war schon fertig, bevor wir reinkommen sind. Also, wie gesagt, hier ist nix, also... Waren wir jetzt in allen Räumen? Ja, da wird auch voneinander geist. Wir müssen uns aufteilen. Nein, ne. Ne, wir teilen uns definitiv nicht auf. Da ist noch eine Tür, da waren wir noch nicht. Da in der Mitte. Ich glaub, dass wir oben in dem Stockwerk komplett falsch sind. Diese Beschreibung. Ich krieg's nicht auf, wo bist du? Offen. Du musst genau... Oh, oh. Meine Taschenlampe fängt an. Ja, meine auch. Hey Leute, da sind Schritte. Es kommen Schritte. Ah, ich will nicht hingucken. Von wo kommen die Schritte? Von wo? Von vorne. Leute, ich bin raus. Warte, 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 wir gehen hier einfach rein. Stell dich an die Wand mit dem Rücken, dann kann dir nix passieren. Ja, mach's auch noch. Hahaha. Und hinterm Vorhang versteckt. Alles gut. Ich schau raus. Das sind doch Schritte. Taschenlampe geht wieder. Sind das deine Schritte, Manfred? Nein, aber mein EMP schlägt aus. Ja, irgendwo geht hier einer. Scheiße. Oh Leute, ich halte das echt nicht aus, also ich bin echt schwach. Kann mir einer den Fotoapparat geben? Wollen wir nicht lieber Star Trek spielen? Ja, bitte. Ich mach's nicht mehr lang mit. Ganz ehrlich. Da liegt mein Fotoapparat. Ja, warte mal. Mit dem Trekking funktioniert auch noch nicht so richtig. Hier. Legst du ihn hier auf die Kommode? Ja. Oh. Oh. Ralf. Ich dachte, wenn ich das jetzt mit dir spiele und mit dir, dass es gar nicht so schlimm ist, aber irgendwie ist es schlimm. Nö, finde ich jetzt eigentlich so gar nicht. Ich glaube, alleine ist es wesentlich schlimmer, aber vielleicht ist es jetzt schon. Ich hab auch Paranormal Activity gespielt, also. Hey Leute, geh mir noch einmal zum Keller runter. Ja, mach eine Sicherung ran. Was war das? Keine Ahnung, ich geh raus. Ralf. Ralf. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt noch einmal in den Keller runter. Oh. Ja, bitte nicht. Und dann ist vorbei. Hier ist noch eine Tür. Haben wir die schon aufgemacht? Na, da geht's raus. Die geht auch nicht auf. Da geht's rein theoretisch in den Garten gehen. Okay, Mann. Tritt vor in den Keller. Hast du die Kellertüfe vorher nicht zugemacht? Nee. Ich wollte sie zumachen, aber es ging nicht. Warum eigentlich in den Keller? Wir müssen doch in die Garage, um die Sicherung wieder reinzumachen, oder? Genau. Warum sind wir jetzt in den Keller gegangen? Weil ich gesagt habe, gehen wir in den Keller. Du wolltest doch ran. Ja, ich weiß. Ich hör die ganze Zeit Stimme im Radio. Machen halt aus. Okay, wir gehen in die Garage und machen die Sicherung wieder an. Beim Klavier ist die Garage, Mannfred. Gib vor. Schnell an. Okay, ist wieder an. Oh, das Licht flackert. Macht immer schon ein Lichtschalter an. Das Licht flackert. Leute. Irgendwo klopft was. Scheiße, scheiße, aber. Geil. Was? Ist da einer? Da war was. Ich hab was in Schatten. Bloß in Schatten. War bloß in Schatten. Echt, oder? Ja, geil. Warum geht das Licht nicht? Ja, der geht da echt draußen rum, gell? Nee, Jungs, ich geh jetzt raus. Kannst du mir das Foto zeigen, Manfred? Das sieht man nix. Na toll. Okay, Leute. Wir haben gesagt, wir gehen noch in den Keller und in die Garage und dann. Ihr könnt's gern zu Ende machen, aber ich bin jetzt englisch raus. Nee, dann, wenn, dann hören wir zusammen auf. Wir sind ja keine Kameradenschweine. Ey, dürfte gehen, dann mach ich 5 Minuten Pause. Muss eh schnell nach den Schlangen gucken. Kann ich bloß 5 Fotos machen, oder was? Ja, genau, du kannst 5 Fotos machen. Dann hören wir uns in 5 Minuten im Discord. Genau. Machen wir Schluss, oder was? Ja, wir machen Schluss, ey, ich pack das nicht. Ich bin echt ein Schisser und der Ralf pack's auch nicht. Mann, der ist fix und fertig. Der kann heute Nacht nicht mehr schlafen. Aber übel ist... Nee, wie gesagt, wir bin in 5 Minuten wieder da. Alles klar, bis gleich. Gut, dann machen wir Pause und wir sehen uns. Ciao.